Moin moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem Video geht es wieder nicht ums Rülpsen, sondern es geht sozusagen um eine Verarschung. Also dieses Mal habe ich geplant, meinen Fahrstuhl mit dem Aufkleber frisch gestrichen zu markieren. Und das zeige ich euch jetzt. Also das hier ist der frisch gestrichen Aufkleber. Und gleich werden wir zum Fahrstuhl gehen. Aber da ich leider kein Klebeband zu befestigen habe, muss ich das an der Fahrstuhltür befestigen und zwar mit diesem Magnetding. Okay, los geht's. So, wir warten hier auf dem Fahrstuhl. So, damit ihr gleich mal einen Blick erraschen könnt, wie verdreckt der Fahrstuhl ist. So, auf zum Erdgeschoss. So, der Fahrstuhl hier ist wirklich sehr zerkratzt, aber eigentlich doch ganz gut im Schuss. Frisch gestrichelt. So, wir sind hier im Erdgeschoss. Okay, und jetzt? So, jetzt ist alles frisch gestrichen markiert. Okay, und das war's auch schon von mir. So, und jetzt?